Hier ist euer MC Tom, das ist ein Info Video und zwar habe ich doch FIFA 22 und in FIFA 22 habe ich doch meinen eigenen Verein erstellt, den FC Kalf. Und das blöde ist, ich habe immer ein Experiment gemacht, simulieren. Und bei simulieren schmeißen die mich immer raus, Leute. Und zwar, ich habe öfters den Verein, dieser Verein habe ich öfters erstellt mit anderen Namen. Zuerst war das nur FC Kalf. Dann war FC Kalf City dabei mit 2021 und jetzt plötzlich in das letzte Video, wo ich vor produziert habe. Ich war auf dem vierten Tapellenplatz. Ich war vierter. Dann will ich rein starten in die neue Saison. Was passiert ist? Die schmeißen mich raus, Leute. Die schmeißen mich raus. Leute. Aber nicht nur das. Ich hatte auch mal einen anderen Verein selber erstellt. Ich hatte doch mal diese Verein erstellt, Superstriders. Da war ich Tapelle Führer und Meister. Und Meister. Was passiert? Ich bin Meister, ich bin Erster gewesen und die schmeißen mich raus. Ich gebe so, warum? Und wenn ich hier einen neuen Verein ausstelle und plötzlich simuliere ich, bis ich keine Ahnung, wie viel das Spiel tat, schmeißen mich raus. Aber manche Spiele habe ich auch selber das Spiel, Leute. Aber ich werde jetzt von nun an alle Spiele selber spielen. Ich werde jetzt kein Spiel nicht mehr simulieren, Leute. Es gibt kein Experiment mehr. Ich werde kein Spiel nicht mehr simulieren. Ich werde jetzt den Verein nochmal neu erstellen. Die Playlist, die ich ausstellt habe, auf meinen YouTube-Account, wird in der anderen und eben der 1. FC Kalf. Ich werde jetzt umändern in den 1. FC Kalf. Und ich werde einfach mal alle Spiele selber spielen und nicht mehr simulieren. Und ich werde, ich war, und ich werde jetzt so machen, Leute. Ich war doch, wo ich alles, wo ich alles gestattet habe, zum allererste Mal, wo ich das allererste Mal den Ferent erstellt habe, war ich in Lieder 3. Plötzlich war ich aufgestiegen in Lieder 2. Und in Lieder 1 war ich auch noch aufgestiegen und in Lieder 1 bin ich bloß nicht rausgeschmissen worden. Ich bin überleden. Soll ich wieder? Aber ich bin gerade überleden. Was war's, Leute? Ich habe doch eine App auf meinem Handy. Und zwar mein Schützheitsrat. Und mein Schützheitsrat darf entscheiden. Ich lasse es, ich werde gleich nachher später, dass mein Schützheitsrat hier reinschneiden. Und dann werdet ihr sehen, was ich nehme. Dann, so. Und mein Schützheitsrat darf entscheiden, wenn ich in Lieder 3 spiele oder Lieder 2 oder Lieder 1. Dann, lass los mit dem Schützheitsrat. Lassen wir mal Schützheitsrat entscheiden, spiele ich in Lieder 3 wieder oder darf ich wieder, weil ich, weil ich habe ja bei Lieder 3 angefangen. Dann war ich in Lieder 2 und dann bin, und dann war ich in Bundeslieder. Und dann wurde ich rausgeschmissen und dachte ich immer so, ich gehe jetzt sofort in die Bundeslieder rein. Aber naja. Jetzt darf ich mal ein Radesl entscheiden, wo ich jetzt sofort nicht reingehe. Okay, Leute. Leute. Das heißt Lieder 3. Okay, dann gehe ich halt in Lieder 3 rein. Das bedeutet, dieses Projekt, dieses Projekt wird, ist aber noch nicht beendet, Leute. Dieses Projekt, mit diesem FC Kalf, ist erst beendet, und ich möchte gerne sehr viele Pokalen holen. Also, mein Ziel ist, mit diesem Verein sehr viele Titel zu holen. Also, mein Ziel ist natürlich, weil der Schützheitsrat hat gesagt, ich soll in Lieder 3 starten. Dann gehe ich auch in Lieder 3 rein. Dann versuche ich von Lieder 3 in die erste auch zu starten. Und natürlich will mein Schützheitsrat immer, wenn ich mal sagen, also das will, dass ich natürlich in Lieder 3. Aber ich dachte, es wird zwei Bundeslieder, oder die Bundeslieder. Aber, also, zwischen, weil es sind nur drei, ist eine Auswahl. Bundeslieder, zweite und dritte Lieder. Und das sind mir die dritte geworden. Na ja. Habe ich auch nicht gedacht, dass es passieren könnte. Na ja. Weil ich möchte, also, ich möchte sehr viele Titel holen, halt, mit dem FC, mit dem 1. FC Kalf. Sehr viele Titel holen. Und wenn ich das geschafft habe, werde ich dann, wenn man, werde ich dann, dieses Projekt ist dann beendet. Aber das kann noch lange dauern. Aber eigentlich wird es schon viel besser, wenn ich direkt starte, wenn ich von der 1. FC, da werde ich schon letzten Champions League, aber ich werde jetzt nochmal, ich werde nochmal zurückgehen in die Lieder 3 mit dem Verein. Also, das war's mit diesem Video. Haut rein und schau. Und das war ich, ohmala. Egal, jetzt habe ich zum Abschluss nochmal das Rad gedreht. Ich werde ja hier auf die Aufnahme enden. Ich habe nur, egal. Ah ja. Also, der erste Versuch fehlt nicht, also der erste Versuch hat, der fehlt, dann haut rein und schau.